Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrersports und willkommen zurück zu World of Tanks zum RT-Alltag am Montag. Wir haben ja in den letzten Wochen mit der einen Unterbrechung durch den Sandbox-Server hier uns mal wieder ein bisschen die deutschen RTs angeschaut. Also erst die 8er, dann die 9er und damit die Liste dann vollständig bleibt, machen wir auch mal wieder die 10er, also die GWE100. Und gucken wir uns mal an, was wir heute mit der deutschen RT machen können. Ich habe die jetzt tatsächlich mal aufs Äußerste gepimpt. Ich habe also auch einen Ansetzer und einen Richtantrieb für Anleihen in das Ding eingebaut und dann auch noch die Direktiven für den Richtantrieb. Ich bin mal gespannt, ob wir damit irgendwas anfangen können. Diese deutsche RT ist halt so ein Zwischending zwischen der Russen-RT, die halt extrem präzise und schnell ist und auch sehr treffsicher, allerdings halt nicht so viel Bums hat. Dafür hat die deutsche, okay gut, hat die deutsche halt ein bisschen mehr Kraft, aber ein bisschen mehr Richtbereich, aber dafür ist sie extrem langsam. Und hat auch nicht so diesen Mega-Monster-Reload, den wir von der Russen-RT kennen, aber dafür halt ein bisschen mehr Kraft in den Granaten. So, K91, fährt er hinter das Haus? Er fährt hinter das Haus, das ist natürlich nicht schön. Er bleibt da auch hinterm Haus und kommt da nicht weiter rausgefahren. Gut, dann kümmern wir uns mal um den Kollegen hier. Die müsste ich nachaimen. So, Schuss ist raus. Die fahren zwar zurück, aber die Grille wird auf jeden Fall was abbekommen. Jawohl. Und wir bekommen sogar noch mal Stun-Damage. Das ist natürlich schön. So, da ist der FV wieder, wir stellen uns mal so, oder drehen uns mal so, dass wir auf beide wirken können. So, die Grille fährt jetzt wieder unter die Brücke. Der FV, ich hab halt noch... Der ist wieder zu, so ein Mist. So, K91 ist wieder offen. Mal gucken, ich lass mal, ich bleib mal hier eingehen. Genau, der EBR ist ja auch noch da. So, hallo FV. Der geht drüber und hinten rein. Ich muss sagen, irgendwie, ich hab ja mal über die Russen-Arti so extrem gemeckert. Aber sie hat halt ihre Vorteile und irgendwie, oder sagen wir mal, sie hat ihre eigene Mechane, eigene Mechane klingt übertrieben, aber die deutsche Art, die ist irgendwie so nix Halbes und nix Ganzes. Sie kann halt von den Sachen, was die Russen-Arti kann, das kann sie nicht ganz so gut. Und von dem, was die anderen Artis können, mit richtig viel Kraft... Ja, richtig viel Kraft in der Kanone, das kann sie halt auch nicht so gut. So, Kranwagen, T57 Heavy. Kommen wir da irgendwie ran. Aber ja, toll, der geht raus. Dann vielleicht hier drüben der FV. Oder der Leopard. Geht alles wieder zu. Die Artis offen. Das Problem ist aber auch, dass die relativ mobil ist und wir noch nicht wirklich eingezielt. Und die Granaten brauchen auch ewig, bis sie da sind. Okay, jetzt geht der EBR raus. Ich hätte vielleicht einfach nochmal warten sollen. Bis er nochmal ranfährt und nicht einfach blind auf die Artis schießen. Oh, toll. Ja, am Ende schlecht gespielt von mir. Bisschen Pech beim RNG. Der gegnerische EBR findet die Lücke. Und bevor überhaupt unser sechster Sinn angeht, sind wir hier tot. Schaden 328. Willkommen im Arti-Alltag. Wir sehen uns gleich in der zweiten Runde wieder. So, nachdem die erste Runde echt kacke war. Also nicht nur vom RNG und vom Pech mit dem EBR, sondern wir haben auch einfach kacke gespielt. Sind wir jetzt in einem Großgefecht auf Hinterland. Und jetzt muss ich tatsächlich erst mal gucken, wo ich mich jetzt hinstelle hier mit der Arti. Damit wir nicht gleich rausgehen. Der Gegner. Wir gucken mal kurz drauf. Ach, zwei EBRs. Okay, da müssen wir aufpassen. Nicht, dass die uns hier gleich wegrußen. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, ob man hier schon stehen bleiben kann. Das sieht aus wie eine kleine Kuhle. Und wir gucken mal, was wir denn hier drüben so schönes anzielen. Okay, da wollte ich auf den FV, aber der war dann auch schon direkt wieder zu. Mal gucken, ob wir auf dem Progetto was machen. Wow, 74. Gut, der stand halt relativ weit schon weg. Und wir gucken mal, dieses Glockengeläude geht mir ehrlich gesagt ziemlich auf den Zeiger. So, was haben wir denn da schönes? 183. Der steht wunderbar da. Ich glaube nicht so richtig, dass dem klar ist, dass er da gespottet ist. Wir hauen blind eine Granate hinterher. Alle anderen gratis haben den auch lieb. Und wir bleiben diesmal etwas auf der Position eingeähmt. Ich gucke mal kurz. Ah, hier hinten kommt man auch hin. Vielleicht bleiben wir auch erstmal hier. Kann man ein bisschen mehr Splash Damage machen, wenn die anfangen ein bisschen zu kuscheln. Der IS-7 und der 113er. Na, Kollegen? Jetzt bleibt. Ja, stehen. Wow. Er bleibt stehen. Beziehungsweise fährt genau in den Schuss rein. Und was passiert mit unserem Schuss? Der Schuss geht drüber. Und jetzt haben wir schon mal das Problem, dass sich unsere Teammates hier ganz schön stark schon zurückziehen auf der Seite. Und dementsprechend mir dort auch wieder das Spotting verloren geht. Oh Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und dieses Glocken-Geläude geht mir auf den Zeiger. So, da kommt der STB-1. Okay, ein Stück zu weit. Wow. Ja, ein Stück zu weit vor ihm geäimt. Dann hat er auch noch repariert. Und ähm... Na gut. Nichtsdestotrotz ist dort kaum jemand von unserem Team. Die haben sich jetzt alle Richtung Stadt verzogen. Ich will aber auch die Flanke... Oh, ganz ehrlich. Da steht ein Type 5. Das ist mir das nettere Ziel. Der ist deutlich einfacher zu treffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der EBR da hinten schon wieder. Wow, 114 auf dem... Scheiße, der EBR dort macht mir echt ein bisschen Sorgen. Kann man da irgendwas machen? So, E100, Type 5. Oh, der scheiß... EBR dort. Schuss ist raus. Was man auf diesen Großgefechtskarten immer nicht so... Ähm... Also vergisst... Oder nicht so bedenkt ist, dass die Karten halt größer sind. Und dementsprechend auch... Ähm... Die Granaten natürlich von der Art hier länger fliegen. Okay, es steht 3 zu 6. Es sieht überhaupt nicht gut aus. Rechts fällt... Links sieht scheiße aus. Ah, großartig. So, die Grille hat sich zurückgezogen. Dementsprechend haben wir jetzt auch keinen Schutz mehr vor dem EBR, wenn der über die Bahnlinie kommt. Spitzenleistung. Da ist er auch schon, der EBR. Alle beide. Ach, ja, wow. Okay. Schönen Dank auch. Wir sind offen. Die Grille kümmert sich einen Scheiß-Dreck darum. STB-1 vielleicht. Ja. So. Erste Arti. Zweite Arti. Ey, Junge! Jetzt wär doch mal munter hier! Ey! Schnallst du es noch? Da... Nö, der... Check. Wow. Ja, was soll ich machen? Der ist AFK. Der ist AFK. Ja, willkommen im Arti-Alltag. Das war's für uns. Gleich kommt der dritte Schuss, oder? Farm den halt einfach ab. Feuererlaubnis erteilt. Danke. Und tschüss! Ja, mit Heat natürlich. Ähm... Was soll ich sagen? Diesmal lag es auf jeden Fall nicht an unserem schlechten Spiel. Ich würde den gerne reporten hier. Ich kann ihn noch nicht mal reporten, weil wenn ich Tab drücke, kann ich noch nicht mal... Ich kann nicht rechtsklicken machen. Was ist denn jetzt passiert? Ist er rausgegangen. Ja, ähm... Wir kommen gleich in der dritten Runde. So, dritte Runde. Auch wieder mit jeweils einem EBR auf jeder Seite. Und wir sind auf Minsk. Einer Karte, die für Arti... Na ja, auch nicht unbedingt das Beste ist. Und dazu kommt, dass wir jetzt insgesamt die dritte Runde Tier 10 only haben. Das heißt, wir haben jetzt... 15... 30... Wir haben jetzt 60 Tier 10 Fahrzeuge gesehen in drei Runden. Witzigerweise... Oder was heißt... Was heißt witzigerweise? Beschissenerweise ist die Seite für die Arti meiner Meinung nach noch schlechter spielbar als... Na ja, die andere. Weil hier hat man auf Minsk noch weniger Möglichkeiten, sich irgendwo zu verstecken. So, da kommt doch schon mal unser Freund. Was macht unser Freund? Der braucht irgendwie deutlich länger, um hier mal den Finger gezogen zu bekommen. Und er ist dann am Ende auch nicht ganz so konsequent im Spotting. Aber gut, wir versuchen mal hier auf den... Progetto zu schießen, wo wir... Ach du Scheiße. Irgendwie habe ich mir die Fluggeschwindigkeiten schneller vorgestellt. Das funktioniert ja richtig gut. Naja, okay. Fehler von uns. Mal wieder. So, der gegnerische EBR macht das auf jeden Fall deutlich besser. Auch wenn er jetzt hier Schaden bekommt. Komme ich da... Oh, da komme ich hin. Da komme ich hin auf das 260er. Aber auch... Oh ja, bleibt da bitte stehen. Ja, okay. Wir können jetzt ketten. Das ist gut. Ich hoffe bloß, dass die Art hier auf die Idee kam, zu countern. Sehr gut. Wir bekommen nochmal Stun Damage. Kommen wir da rein. Wir bleiben mal auf dem 260er. Wenn wir es schaffen, das dort gepinnt zu halten, mehr oder weniger, dann haben wir schon mal ganz gute Karten. Wo ist denn unser Kranwagen hingefahren? Was für ein Experte. Der macht da den TD. Gut, der will da halt seine Ganti-Crashen irgendwie einsetzen. So, mein Freund. Er weiß genauer, wie er sich hinstellen muss, dass er von der Art hier nicht getroffen wird. So. Oh, der war ein guter Treffer. Schön ins Heck. Nochmal Support Damage. So, da kommt jetzt der 705 rüber gepusht. Da komme ich aber auch gar nicht ran. Der EBR ist schon mal raus. Das gefällt mir ja richtig gut. So, können wir jetzt eventuell das 260er da rausbekommen in 8 Sekunden. Das sieht auf jeden Fall relativ gut aus. So. Okay, er geht raus. Das 705 dort ist ein Problem, aber auch nicht richtig. Und an den komme ich nicht. Der E50M ist da wohl vermutlich weggefahren. Hm. Versucht er da abzuhauen. Na, immerhin. 240. Da ist die Artie offen. Der E50M hat den Rückzug schon angetreten. Der Stritzwagen ist gespottet. Da ist noch ein Centurion. Die Artie geht raus. Okay, wir bekommen nochmal Stun Damage auf dem Proghetto. Das ist interessant. So, der AMX ist gekettet. So, mein Freund. Du bleibst da stehen. Das gefällt mir. Dann können wir nochmal Schaden abfarmen. Irgendwo ist noch eine 261. Und so richtig trauen die sich da nicht gegen den... Ah, da ist die 261. Proghetto. Wird jetzt vermutlich rausgehen. Dann Stritzwagen. Ne, Proghetto geht noch nicht raus. Dann werden wir mal versuchen, den Proghetto rauszukriegen in drei Sekunden. Sehr gut. Die 261 countert auf jeden Fall nicht. Ähm, jetzt kommt noch ein Panzerkampfwagen. Warte mal, wir können uns mal versuchen zu verlegen, dass wir eventuell... Aber das ist halt das Problem. Die 261, was ich am Anfang angesprochen habe... Oh, der bleibt da stehen. Die 261 ist deutlich mobiler. Die deutsche Art, die ist halt echt so... Die kommen nicht aus dem Knick. So, mein Freund. Und... Ja, Park dort. Hallo. Oh, ich glaube, der hat getroffen. Ich glaube, der Schuss hat getroffen. So, die große... Das ist 705. Davon habe ich echt ein bisschen Schiss. Okay, das kommt da hinten rum. Ah, und er ist zurückgefahren. Da komme ich natürlich nicht dran. Jetzt müssen wir uns erstmal... In Sicherheit vor dem 705... Obwohl, wir können das auch von hier aus spielen. Na? Es ist doch oben abgebogen, wo der Progetto jetzt hinfährt. Oder versucht es ja in der Ecke zu scrapen. Okay, der FV verliegt... Warum fährt der FV denn weg? Wie viele Hitpoints hat er noch? Genügend. Ich nehme nochmal ein bisschen weiter nach rechts. Ah, da ist es. Okay. Okay, da komme ich nicht hin. Aber an den E50 komme ich. Falls er dort stehen bleibt. Da komme ich jetzt wieder nicht hin. Ha, wir können ihn stunnen. Oh, kommt nochmal 1000 Stun Damage. Nice. Auch wenn der das 430 U es nicht schafft. So, E50. Panzerkampfwagen. Komme ich nicht ran. Ja, wenn der da hinfährt, da kann ich ihn nicht. Der muss hier hinten irgendwo hinfahren. Da komme ich nicht an ihn ran. So, wo ist der E100? So, der E50 ist raus. Da ist der. Oh, ich hätte draufbleiben sollen. Ja, okay. Jetzt kommt er natürlich nicht nochmal. Es sei denn, er schafft es, bis hierhin 30 zu verlegen. Ach, ein Jagd-E ist da auch noch. Ja. Nochmal Stun. Nochmal Damage selber gemacht. Und im dritten Anlauf haben wir dann auf einer Map, die gar nicht mal so gut für Arty ist, dann endlich eine erfolgreiche Runde. Und jetzt gucken wir uns mal noch die Auswertung an. Bei den anderen Runden hat es sich ja überhaupt nicht gelohnt. Aber bei der sollte doch jetzt irgendwie mal ein bisschen was rumgekommen sein. Vor allen Dingen, da hier auch auf jeden Fall einiges an Stun-Damage dabei war. Dritte Klasse. 1.800 Hit-Points haben wir selber gemacht. Das ist Mittelfeld. XP 740 ist oberes Mittelfeld. 2.900 Stun ist also ganz in Ordnung. 19.000 plus. 1.100 Erfahrungspunkte. Naja, es hat heute ein bisschen gedauert, bis wir mal eine schöne Runde hatten. Die ersten zwei Runden waren echt ätzend. Die erste Runde scheiße gespielt von mir. Die zweite Runde im Stich gelassen vom STB1, der RFK war. In der dritten Runde haben wir dann ein bisschen was hinbekommen. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf Twitch und auf YouTube. Das sind Parsifal, Kulle, Ködeux, 122er, Danny, Iron, Dall und Zünam. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.